Mahlzeit und willkommen bei Hugos Hobbys. Es geht weiter mit dem Baubericht. Jetzt hier der zweite Teil des 280 mm Mörsers BR5 von SHQ Miniatures. So wie wir ihn hier sehen, haben wir ihn zuletzt gesehen. Jetzt erfolgt erstmal die Übermalung der Ketten und der Reifen, also Pseudo-Reifen von der Protze und das mache ich mit Panzergrau bzw. German Grey XF 63. Einfach wie üblich bei mir direkt Farbe aufgeschüttelt und dann direkt mit dem Pinsel in die unverdünnte Farbe und aufs Modell. Da habe ich bisher noch nie Probleme mit gehabt. Die Ketten sind natürlich von der Geometrie her ein bisschen anspruchsvoller. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man auch alle Ecken erwischt. Aber natürlich ist auch das nicht allzu wild. Dann habe ich mir überlegt, möchte ich das Ganze noch mit einem Tarnmuster verfeinern. Das Geschütz so einfach nur in grün wäre zwar wahrscheinlich das realistischste. Da habe ich mit den Farben auftragen. Erstmal eine Farbe, Kaki XF 49. Relativ breite Tarnstreifen. Wenn ich solche Tarnstreifen aufmale, ich glaube, dann muss ich auch mal irgendwann ein eigenes Video zu machen. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man so ein Tarnmuster machen kann, wie man es umsetzen kann. Meistens handhabe ich das so, dass ich abwechsel, dass die Linien nicht immer so gleich dick sind, sondern mal sehr fein sind, mal sehr dick, sodass man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erkennt, dass es sich da um eine Linie handelt und nicht einfach um einen Klecks. Je nachdem. Aber ich finde so die Kontraste, die sind das, was so Tarnmuster meistens interessant macht. Und nicht wenig davon ist natürlich auch irgendwie durch Archivfotos belegt. Wie gesagt, jetzt hier bei diesem Geschütz, das ist ein vollkommenes Fantasie-Tarnmuster. Keine Ahnung, ob ein BR5-Mörser überhaupt jemals mit einer Tarnung versehen wurde und wahrscheinlich erst recht nicht rein zufällig genau der, die ich mir gerade so ausgedacht habe. Aber was soll's. Schließlich ist ja auch nicht jedes einzelne Geschütz in umfangreichen Fotos über seine ganze Lebenszeit hinaus dokumentiert. Ich finde, bei sowas zu improvisieren überhaupt nicht schlimm. Das macht für mich einen Teil des Modellbaus aus. Aber das habe ich ja schon oft erwähnt. Ich bin einfach nicht so der Modellbauer, der exakt nach einem historischen Foto irgendwie versucht, ein Original bis ins kleinste Detail exakt nachzubilden. Das hat sicherlich auch seinen Reiz. Das ist beeindruckend, wenn Modellbauer das gut hinkriegen. Aber es ist halt nicht meins. Nicht meine Art von Modellbau. So, das sieht zwar schon ganz gut aus mit dem Kaki, aber ich habe irgendwie Bock auf eine weitere Farbe. Und deswegen arbeite ich hier noch mit NATO Black, also NATO-Schwarz. Das ist so ein leicht helleres Schwarz. XF69 von Tamiya. Äh, arbeite hier noch mit so sehr feinen, aber kurzen Linien nach. Die dann auch hier und da mal so ein bisschen verästet sein dürfen. Ich glaube, das ist ein Tarmuster, wenn man es eher von den Amerikanern erwarten würde. Ich weiß noch nicht mal, ob eher unbedingt Zweiter Weltkrieg oder vielleicht eher so Koreakrieg oder Vietnam sogar. Aber irgendwie finde ich, passt das zu dem Geschütz. Es gefällt mir. Und ich brauche nicht nochmal erklären, dass ich einen Pups draufgebe, ob das Tarmuster historisch korrekt ist oder nicht. Hauptsache, es sieht schön aus. Aber auch hier bei diesen sehr feinen Linien, da variiere ich auch ein bisschen die Dicke, versuche die, gerade so die Spitzen, so ein bisschen ganz dünn auslaufen zu lassen. Da braucht man natürlich einen feinen Pinsel und eine ruhige Hand, aber dann ist das kein Problem. Jo, ein selbst gemischtes, leicht glänzendes Lederbraun, sehr dunkel, benutze ich für die Polsterflächen der Sitze. Diese schweren sowjetischen Artilleriegeschütze mit diesen Kettenlafetten. Die hatten ja immer so Sitze, jeweils einen links und rechts neben dem Geschütz. Und die hatten halt so kleine Sitzpolster. Und da gehe ich dann einfach mit Lederbraun dran. Und eine letzte Farbe kommt noch hinzu. Hier am Geschütz, da ist unten diese, ja, Zahnradstückchen, sage ich mal, über das die Höhenrichtung erfolgte. Und da ist dann natürlich infolge der Bewegung jetzt keine Farbe drauf oder sowas, wenn das Geschütz zwei-, dreimal auf- und abgeschwenkt wurde. Wenn dieses Teil überhaupt jemals lackiert war im Original, das weiß ich nicht. Aber natürlich durch die mechanische Reibung wird da die Farbe abgerieben und dann ist da der blanke Stahl zu sehen. Und das mache ich ebenfalls mit einem selbst gemischten Gunmetal. Ja, so sieht das Modell jetzt fertig aus. Mir gefällt das Tarmuster sehr gut. Gerade diese feinen schwarzen Streifen lassen das Geschütz auch nochmal ein bisschen mächtiger und gewaltiger aussehen vielleicht. Und ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute. Und bis zum nächsten Video, wo es dann an die Alterung dieses Geschützes geht. Ciao, ciao!